Willkommen bei Firma Stolk aus den Niederlanden. Hier sehen Sie ein Kraftstoffpumpe-Paket, das ist soeben gewartet. Kraftstoffschlauche sind erneuert, das Kraftstofffilter ist erneuert, die Kraftstoffspeiche ist gereinigt und getestet und ist noch gut, die Kraftstoffpumpe ist noch gut und getestet und gereinigt. Viele Kunden fragen mich immer, wie wichtig ist es, um Kraftstoffschlauche zu erneuern. Hier sehen Sie einen von der originalen Kraftstoffschlauche von diesem Auto. Das ist noch von 1981, dann ist das Auto auch gebaut worden. Wir haben die Kraftstoffschlauche offen geschnitten und dann sehen wir hier auch, dass er innerhalb schon gerissen ist. So ja, es ist ganz wichtig, um Kraftstoffschlauche zu erneuern. Unter dem Auto ist eigentlich jede 20 Jahre gut genug, aber bei einem Digitronic ist auf dem Motor eine sehr große Menge an Kraftstoffschlauche eingebaut. Da empfehlen wir, um die Kraftstoffschlauche jede 6 bis Maximum 8 Jahre zu erneuern. Besuchen Sie auch unsere deutsche Website mercedesclassicservice.de